jawohl hallo und herzlich willkommen hier beim nerd zeitalter wir haben beschlossen wir lassen das einfach mit diesen mit diesen minen das ist total nervig stattdessen haben wir irgendwie in den katakomben noch im fußball gefunden ja ja ich habe verteidigt also willkommen bei fever 20 22 wir 30 30 22 wir sind wir sind voll im der heim sogar hoch ganz schlecht warte kann man kann man hier so mit gedrückt halten glaube ich habe nicht okay also also wie ihr sehen könnt wir sind inmitten live dabei 30 die dlc wurde noch nicht eingebaut deswegen haben wir diese drei grotten schlechten spieler weil die guten spieler musste alle für geld kaufen genau jetzt aber jetzt jetzt will das wissen ja er hat noch nicht mal punkt dafür bekommen wie gut ich das tor weg und zum dritten mal okay okay gut also wie ihr seht es steht zwei zwei zu zwei zu eigentlich zwei zu fünf also natürlich für das team bei dem ich mitgemacht habe oh mein gott können wir das mitnehmen oh mein gott können wir können wir das in den kavernen spielen okay lass uns ausprobieren wir sind zu dritt einheit jeder nimmt ein tor und einen ball so wenn macht das mit der mission schon das kriegt dahin den ball ja ja den ball du musst jetzt noch den ball suchen ich glaube der lag irgendwo bei der ja da hinten bei allerdings steht er allgemeine online spielen spielen finden das zum beispiel bestimmt 1 ja ja das ist eins so genauso wie das tonnen treten ist es auch geht auch erst einmal mitnimmt Ja und der Ball hat uns fast K.O. geprügelt. So wir müssen Morkite sammeln. Bisschen entspannter, oder? Danke. Es ist auf jeden Fall entspannter, aber auch schon medium. Eher so medium entspannt. Kriege ich es vielleicht auch mal rare? Ja. Und wir sind bei zweieinhalbtausend, zweitausend Metern, das hatten wir auch noch nicht. Ich mag mein Steak nämlich, wenn es noch muh macht. Ähm. Okay. Wenn? Soll ich uns vielleicht drunter gra- okay. So direkt mal Loot bug gepoppt, das klingt sehr falsch. Zupsen wie du mir so domie, ne? Jedem Semple hier. Ey guck doch mal, das ist doch super hier, da freue ich mich jetzt schon, wenn es da rum geht zurück. Ah ne, da kommt ja eh neues. Alles gut. Na ja, da hinten ist auch gleich schon mal wieder, oh hier wachsen auch schon wieder, äh, Usenviren. Ebener Nitrat einfach zurücklassen. Das war nochmal 0,1. Ne. Wohin läuft er? Dahin. Okay. So. Neue Nitrate von dem Mann ist okay. Das wird zu knapp, oder es war zu knapp. Auch. Ne. Das ist, äh, okay. Pah, ich komm hier grad auch selber nicht richtig hoch. Äh. So. Ja. Bitteschön. Herzlichen Wunsch. Bei uns im Stream gibt's den, äh, gibt's grundsätzlich den Altherrenwitz. Passt ja auch irgendwie. Ja, ja, ja. So, wo ist Ben? Äh, apropos Altherrenwitz, guckt bitte mal da. Ja. Guckt mal da. Ja, äh, danke. Was? Das ist aber kein Tor. Ich weiß nicht, wohin man das wirft. Äh, die sollen aber sich sammeln müssen, diese Gangseeds. Bleiben da. Geh her. Aber ich... Passt nicht rein. Ah doch, jetzt passt es. Okay, es passt nicht rein. Die Dinge, die ich im Stream nicht hören möchte. Ja, genau. Okay. Also wieder... Ich möchte darauf hinweisen, dass ich da einen Weg gebaut hab, der frei ist von... Du musst dafür nichts einsetzen, Sven. Der funktioniert einmal frei ohne dein großes... Okay. Kommt. Er kommt. Wolli kommt. Warum? Ja, weil wir auf der anderen Seite weiter müssen. Da oben ging es nicht weiter. Da hängen noch mehr an der Decke, ich bin mir sicher. Und der Wolli läuft jetzt wieder hoch. Warum läuft er denn wieder hoch, Markus? Ich hab keine Ahnung. Ah, wie das spratzelt. also direkt hier über uns hängt noch einer du hast du den darunter gekriegt angeschossen also ich schieße hin und da passiert nichts dahinter doch mitten der luft ja das ist korrekt ein bisschen buggy aus oder vielleicht irgendwie hochklettern da hängt keiner da gehen wir nicht ein keiner ich will wüsste nicht wo weiter nicht mehr wo ihr seid warum machen wir wollen wieder so hier oben geht's weiter ja das ist super ihr seid ewig weit weg warum ich bin hier hoch und an die stelle zu kommen wo ihr nach oben geschaut habt während ihr hängt in der luft ich glaube das ist ein das ist glaube ich nicht mit euch gemeinsam ausdiskutieren rausfinden und möglicherweise eine schnur hinspannen dann schau doch jetzt mal in richtung der anderen wenn du jetzt nach oben schaust nach oben so in richtung mitte der höhle der höhlendecke siehst du den überhaupt ja dann ist er nicht da dann haben wir glaube ich das mysterium an der stelle schon geklärt ja wally ist gut wie grundsätzlich erstmal jeder raum in dem wir mir reinkommen fliegen erstmal mindestens 22 flares rein oder noch mehr ja das funktioniert dann aber auch irgendwas hat gebrüllt wally kommt okay irgendwas hat gebrüllt wir haben wenig mieter das müsste den erledigen okay du machst du schaden das ist unglaublich ja wenn ich warte auf dich ist da oben noch was hier ist nitra in rauen mengen okay wally kommt aber nicht mehr lang das wird hier alles und hier ist entschuldigung 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 keine muss 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 ich wusste doch dass ich was gesehen habe mann 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 so das morg hat hat er hier noch nicht ganz rausgeholt das ist noch mal eins also hier rechts geht es auch noch lang nur und hier ist noch gold 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 Thanks thanks so wo sind sie jetzt so ist es hier jetzt Jetzt schätzen wir, jetzt sind wir hier wieder hoch, oder? Komm wieder her. Ne. Was? Morkide. Ähm, ja, hier an der Decke hängt noch jede Menge da oben. Steuern gedrückt halten. Da. Wir müssen mehr mit dem Ding arbeiten. Mit dem, äh, Sensor. Aber wer seid ihr denn alle? Neben dir. Unter dem Uran. Hier sie kommen. Eradication-Protokoll. Wir können das Uran wegschießen, dann sehe ich eigentlich mehr, aber... Das können wir, glaube ich, nicht wegschießen. Doch, man kann's kaputt machen. Wenn man das wegmacht, was hinten in der Wand feststeckt. Äh, much better, much better. Gern geschehen. Da geht's los. Okay, sieht gut aus, sieht gut aus. Hört mal. Äh, habt ihr eben den Schleimlicht eigentlich abgedacht? Linden zwei, okay. Ah, 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 okay. Ich hatte nicht... Gut genug nachgeladen. So, da oben ist noch Morkhite. Da, wo ich gerade Licht gemacht hab. Direkt über... Markus. Schön, wenn die ins Feuer reinlaufen und einfach explodieren. Oh, das ist gut. Das sieht aus meiner Perspektive richtig gut aus wahrscheinlich, weil du eigentlich nur in den Stein reinguckst. Ja, das sind halt die Dinge, die du tust, ne? Ja. Männer, die in Steine starren. Morghite 0 von 225, fuck. Äh, hatten wir nicht gerade eben schon Morghite irgendwie da reingepackt? Ja, 20. Okay. Bei wie viel sind wir jetzt? Was zeigt der bei euch gerade an? 47 zeigt er mir jetzt. Okay, gut, dann passt das. Ähm, wenn wir jetzt hier runter gehen und dann nach rechts... Leute, verwendet mehr diesen Sensor, bitte. Weil da hängen ja schon zwei Dinger wieder an der Decke und nachher übersehen wir die. So. Da könnte es dann weiter gehen. Ja, das sieht gut aus, verdichtete Erde. Ja, sehr gut. Ja. So. Okay. Markus braucht gerade noch... Ne, Markus braucht nicht. Äh, ein bisschen nach links. So. Ja. Hallo. 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 Und herzlich willkommen bei Wackelweitwurf Simulator 3052. Dann finde ich ja das einer blau hat, einer grün und einer gelb. Von den Fackeln. Ja, das ist echt cool. Äh, rot, nicht blau. So. Broly kommt. So. Mal abgeben. Hä? Hm. Hm. All über uns Mockert. Ach Gold. Könnte ich mich die ganze Zeit daran ergötzen. Irgendwas hauen ich. Ich auch, aber ich weiß nicht was. So, brennt es weg. Ist das Uran? Ja. Es gibt ein B über den Graben mit einem Seil. Jawohl. Okay, da unten ist tatsächlich nix, oder? Ne, da unten ist auch nix. Ein bisschen was von einem Loot Bug rum. Okay, ich bin auf der anderen Seite. Ich komm wieder runter. Haben wir irgendwo die Kiste? Ja, hier steht direkt. Ja, hier ist ein Bug. Bring mal auf das Seil bitte und komm rüber. Dann kann ich dir auch helfen. Ja. Ich rufe auch schon Volli rüber. Nicht Sven, 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 Sven nicht. Nicht, nicht, nicht. Du musst ihn hinten treffen. Vorne hat er schwere Panzerung. Mach ein anderes Posse. Aua. 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 Ach, dieses nette Tackern. Entschuldigung. Hm, wir können jetzt einen Kohlbeutel holen. Aber der hat auf jeden Fall noch nichts von mir gehabt. Warum hängt der? Was hängt da? Da hängt noch ein bisschen Nitra an der Decke. Ist halt die Frage, ob wir uns was holen wollen. Hm. Seh ich gerade nicht. Es wird wahrscheinlich nicht so einfach daran zu kommen. Wenn die hier dann nach links kommt, wenn ich hoch verschmeiß. Wollt ihr nochmal den Filt aufladen? Nevermind. Ja. Ja, doch. Schild aufgeladen. Und wenn du jetzt krank gehst, kannst du kurz... Ja? Ja? Dann kann ich kurz. Nee. Du wirst gar nicht kaputt haben, ohne Schaden zu kriegen. Der Schild regeneriert sich schon. Okay. Schild. 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 Beachtet bitte die Decke. Ja, ja, ja. Weil... Dinger an der Decke hängen. Wolli kommt. Komm her! Es ist eine Missersion für mich, wie alle diese Minerale befangen. Es ist eine Missersion für mich, wie alle diese Minerale befangen. Ja. Hier ist Warcite und Nitra. You shouldn't eat precious minerals because it gets you killed. Wenn du den Loot Bug killst. So. 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 Geh. Ein bisschen leben. Auf dem Weg. Wir waren nur weit weg. Ja. Okay. Okay. Bereit euch um euer Leben zu kämpfen. Ja. Das finde ich. Das ist eine gute Position hier. Die hätte ich gerne. Ja. 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 Die sieht gut aus. Okay. Ingenieur ist geschickt. Wie ist es mit der zweiten Sentry? Bin dabei. Steht. Jawoll. Die Kohl ist geworfen. Jawoll. Kann man eigentlich mit den Dingern, mit den Wänden Gang zu machen? Hmm. Theoretisch. So. Und. Explosion. Boah. Schön. Achtung. Hinter uns. Über uns. Okay. Okay. Da ist halt einfach mal was abgefallen, bevor es runterrollt. So. Wie kann ich das wieder ablegen? Ach egal. Komm. So. So. Ah. Einfach indem ich eine Waffe in die Hand nehme. Okay. 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 Uiuiuiuiui. Musik ist neu. Und. Und. Das ist nie toll gezogen. Der ist geil gerade der Tank. Mhm. Muck ist gerade richtig gut. Okay. Dann können wir mal. Jawoll. Morkite. Morkite. Wir sind ein Ding am Boden. Ja. So. So. Jawoll. I think we actually have a chance. So. Nein, nein. Nein, 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 nein. Ich brauche einen Supply. Ich hole mal einen. Jawohl. Ich mache ein bisschen Licht. Gucken wir doch mal, wie er hier durchkommt. Ja, oh, nice. Aber später hätte der nicht kommen dürfen. Ja, ich bin komplett platt. Schon wieder mit allem. Ein Granaten mehr und nur noch 500 Schuss. So, hier oben ist dann wieder verdichtete Erde. Uh, 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 uh. Ja, dann müssen wir weiter. Ja, ich glaube auch. Ich werde irgendwas Großes. Hm, hm. So, wir brauchen auch noch vier von den Gang Seeds. Ah, the smell, it lingers. Der ausgezeichnet ist so gut. Ah, ist auch auf Englisch? Ja, ja. Die Sprachausgabe ist immer auf Englisch. Oh, I call for Morley. Okay. Was sagen die? Kommen die doch raus. Markus, hinter dir. Über dir. Okay. Hm. Oh, fuck. Oh, nein. Danke für die Plattformen. Ja, machen da ja so ein bisschen Sinn an der Stelle. Rolly kommt. Nee, der kommt zu mir. Ach so, kein Problem. Okay, kein Problem. So, kommt. Job well done. But the Mule is activated. Bring it over to the thing. It's sandwiched. Wir können noch schauen, ob wir die restlichen Dings finden. Zwei Stück brauchen wir noch. Ja, nee, drei Stück. Doch, zwei Stück, ja. Das ist der Hunter da nicht schon eingerechnet. Ja, gut. Ja, das Morkite können wir ignorieren. Was ist denn das? Was? Ach so, hallo. Okay. Das ist so ein Angelfiech. Schätze ich mal. Anscheinung. So, da ist eins. Zack. Ähm, ja. Schießt du mir ne Dings runter? Ja. Ach so, nee. Wenn ihr schon unten. Ja, ja, ich hol's hoch. Ja. Äh. Nein. Nein. Ich will doch. Wenn ich das Ding in der Hand habe, sehe ich doch nichts. Derweil noch das Gold aus der Wand. Ich will dir doch ein Drittel vom Monitor, wenn du das Scheißding in der Hand hast. So, Wally kommt. Komm her. So, Wally ist da. Oh, Cold Brew. Äh, du musst das Morkite nicht mehr abbauen. Das bringt uns nichts mehr. Oh, okay. Ihr müsst bitte die Flas an den Himmel schmeißen, sonst finden wir die Dinger nicht. Oder wir suchen noch eine weitere Höhle. Ja, ich glaube, wir brauchen noch eine weitere Höhle. Ich sehe nämlich hier tatsächlich keine mehr. Aber jetzt steuern wir nicht, oder? Und ich krieg auch keine. Oh, meine Flares brauchen so lang zum Rechargen. Über uns gibt's hier noch ne Möglichkeit. So, sehe ich nicht. Ja, okay. Das Spiel kann ich jetzt noch ne ganze Weile machen, bis ich dann da oben bin. Sven, guck mal links. Da ist ein Ding. Da. Okay. Okay, hab's grad so geschafft. Aber danke. Danke für die Zipplein. Und der Scout kann wohl richtig Licht machen. Nee, der hat Patronen und die kann er an die Wand nageln. Und davon hat er ähnlich wie mit dem Seil. Also irgendeiner hat aber auch so ein Deckenflut oder was auch immer gehabt. Das ist das Ding, was ich hatte. Ich hatte den Scout schon. Da oben wäre ein Nitra. Okay, also eins brauchen wir noch. Das wird doch wohl zu schaffen sein. Ach, da. Ab, das. Warum ruft der so longsuckers? Weil wir ja ein Ding sind, weil es jetzt abgeht. So. Okay. Ja, ich sehe keins von diesen... Von diesen Dingern mehr. Auch nicht. Nee. Warum ist noch ein Nitra an der Wand? Okay, es kommt ein... Ja, es kommt jetzt noch ein Swarm. Der Decoy geht gut, aber... Das läuft doch uns an. So, warum lassen die sich gerade nicht von dem Ding da ablenken? Das läuft nicht! Weißt du, was ich zum... Mmh. Oh. Oh, ich mach es. Oh, wow. Oh, ich mach es. Oh, ich mach es. Uh. Nein. Okay, ich bin leer mit... Was? Achso. Supply-Pot, okay. Ben, hinter dir, hinter dir. Ja, nochmal ein bisschen nachtanken. Die, äh, äh, Dings brauchen Munition, die Turrets. Oh, danke. So, sind beide wieder aufgeladen. Jawohl, das hat mir auch gerade den Hals gerettet. Ja, okay. Ich will den Transportkapsel rufen, ich weiß, wo die Schleimsamen sind. Ja, dann rufen wir. Ja, dann rufen wir. Good work. Sending in the Drop-Bot. Ja, komm, wir können schon mal hier rüber an den Dings. Denn, äh, unten, unten wird es nicht lang gehen. Ich glaube schon, dass das richtig ist, der Ruh. Ja. So, wenn ihr beide dran hängt. Ihr müsst doch absprengen, bitte. Ja, ja. Ich habe nur aus Versehen E statt F gedrückt. Und dann habe ich wieder umgedreht. Bisschen F. Ja, F ist, äh... Sind die Lights. Die Fackeln. Ben? Der Mühl, die rennt in die andere Richtung. Bei uns? Ihr seid falsch. Ihr seid einfach falsch. Plain warm. Bin hinter dir. Bin hinter dir. Lauf schon. Lauf schon. Raubspringen, E und Space drücken. So. So, wo muss ich denn hin? Hier, entweder rüber oder einfach an die Leine hüpfen. Hast du Sven den Weg? Ja, 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 ja. Okay. Hallo, Klassik. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Hallo. So, genau richtig. Ich brenne. Pass auf dich auf. Aber ich dachte, du brennst nur für mich. Ja, voll geil. Von hier nicht. Führ dich. Wir... Wir haben gerade unsere Flucht als Zwerge aus der Mine. Ja, und... Wobei, es sieht gerade eigentlich ganz gut aus. Ja, da hatten wir für Schlimmeres. Hakt er jetzt so in seinem glücklichen Leichtsinn. Entschuldigung. Ich wollte hier keine ganze Schrotladung ins Gesicht schießen. Nein, nein, das war nur ein Versehen. Ja, auf jeden Fall geht es uns ganz gut. Eigentlich gerade... Entspannt. Vorhin haben wir schon Generation Zero gespielt. Das war aber am Ende raus... Das ist ja noch in der Early Access oder Early Alpha. Das hat am Ende raus so ein bisschen Grafik geclitscht. Und die Grafik hatte uns wenn ein bisschen Beanspruch. Was für die Stream-FPS ein bisschen herausfordernd war. War das das erste Mal? Nee, es ist nicht Moria. Ja, aber die Zwerge hat so tief gegraben. Ist auf jeden Fall richtig. Ja, auf jeden Fall. Und man könnte das auch eine Mine nennen. Eine Mine. Nein, nein. Das ist nur ein Loch. Eine Höhle. Eine Höhle. Vor den Käfer. Ja, ja. Bugs. Brain Bugs. Ähm. Ich glaube tatsächlich, das Ding hat uns halt auch irgendwie nochmal quer durch die komplette Map gejagt. Wie möglich. Okay. Bin drin. Toll. Wie der halt einfach durch die Wand durchgeglitscht ist. Wir haben ihn wieder bei. Wir nehmen ihn mit, oder? Wir sagen, wir nehmen ihn mit. Ja, ja, genau. Das wird unser neues Maskottchen. Auch wenn es das Riechen anfängt. Plopp. Schön. Hey. Machst du das Auto, Markus? Ja, mach ich. In was? Ja. In Second Extinction kriegt man immerhin ein Achievement, wenn sich ein der Raptoren reinbuckt und der quasi mitfliegt. Ja, mal wieder eine erfolgreiche Mission hier bei Deep Rock Galactic im Nerd-Zeitalter. Äh, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ähm. Ich denke mal, vor heute Abend wird es dann auch erstmal die letzte gewesen sein, wenn ich so auf die Uhr gucke. Aber ja, äh, schaut beim nächsten Mal wieder mit da rein, äh, mit rein. Schaut euch unsere anderen Videos an. Habt Spaß. Und, äh, wenn es euch gefällt, lasst ein Follow da, ein Abo oder was auch immer auf der Plattform, auf der ihr uns gerade zuschaut, so geht. Bis bald. Ciao. Bis zum nächsten Mal im Nerd-Zeitalter. Bis bald. Bis bald.